Ey, hast du gesehen ey? Krieg der Sterne, voll abgespaced. Ey, ist so ein Typ, ey, der Luke Skywalker. Der wohnt da auf so einem Wüstenplaneten, Nevada. Mit deinem Onkel, Onkel Owen, voll der Name, Owen, hab ich voll geowned. Egal, auf jeden Fall kommen da so die Typen, ne, von dem Imperium, ey, die sind alle voll böse, ey, voll böse. Ey, machen den Onkel kaputt, ne. Ey, der Typ, hier der Luke, ey, voll sauer, ey. Ey, voll sauer, ne. Ey, wie geht der los, er will sich voll an den Imperium rächen, ne. Ey, unterwegs, er kommt ja zu so einem Typen, ne. So, dem Typen hier von dem Baumarkt, ey, Obi, ey. Obi Wan Kenobi, ey, ne. Ey, der Typ wohnt in der Wüste, ey, voll der Penner, ne. Ey, und so ein Bart, ne, aber ey, voll schlau der Typ, der weiß Angst, ey. Der erzählt dem Luke erstmal fett einen über das Imperium, ne. Ey, erklärt dem, was die Macht ist, ey, die Macht, ey, die Macht, ey, voll geil, die Macht, ne. Ey, damit kannst du Leute fertig machen, ohne die anzupacken, ey. Ey, nimmst deinen Finger, ne, ey, Würgegriff. Ey, nimmst deinen Finger, ey, dann zeigst du einfach auf den Typen, ey, und drückst die Finger immer weiter zusammen. Und der Typ, ey, ey, wirk, wirk, ey, hässchuh, hässchuh, ey, abkratzt, uah. Ey, voll geil die Macht, ne. Aber noch viel geiler, ey, Lichtschwert, ne. Ey, gib dir dem voll das Lichtschwert, ey. Ey, das ist wie so ein Schwert, ne. Wie bei den Ninlern früher, ey, kachong, kachong, ey, nur mit Laser als Klinge, ey. Ey, so ein Ding will ich auch haben, ey, da kriegst du sogar ein Türsteher mit kaputt, ne. Auf jeden Fall, der Typ, ne, der geht los. Ey, der will sich voll rächen an Imperium, ne. Ey, da findet er noch so ein paar Freunde, ey, so, einmal so eine Prinzessin, ey, die Leia, ne. Ey, die ist voll spitz auf so einem Typen, ne. Ey, dem Hans. Hans Olo, ey. Er nennt die ganze Zeit so ein Bär dabei, ey, so ein Chewbacca, ne. Der nennt sich Wookie, ey, voller Vieh, ey. Der sieht aus wie meine Oma untenrum, ne. Auf jeden Fall gehen die los. Ey, da ist ja dieser schwarze Typ, ne. Ey, der Darth Vader, ey. Das soll der Böse, ey. Ey, voller Asthma, der Typ, ne. Ey, wie kann so ein Typ eigentlich so ein Typ werden, ne. Ey, der Typ, der ist voll der Herrscher von dem Imperium, ne. Ey, der ist wie so ein Hitler in der Zukunft, ey. Ey, voll böse, der Typ, ne. Ey, und der hat die dunkle Seite der Macht, ey. Die dunkle Seite, weil es gibt zwei Seiten. Einmal die dunkle und einmal hier die nicht dunkle, ne. Und der Typ hat auf jeden Fall die dunkle Seite der Macht gewählt. Auf jeden Fall geht der Skywalker dahin. Ey, will er den erstmal fett abmessen. Dann holt er sein Lichtschwert raus, ne. Ey, schwing, schwing, ey. Ah, ne, Quatsch, warte mal, da war Teil 2. Moment, in Teil 1, ey, da war dieser Obi, ne. Der war ein Kenobi. Ey, geht der zu dem Vader hin, ne. Ey, soll den platt machen, ne. Ja, scheiße, verkackt, weil der Typ, der Obi-Wan, der wird erstmal von dem Vader kaputt gemacht, ne. Ey, der Vader, der nimmt sein Schwert, haut ihm einmal volle Möhre gegen die Hüfte. Ey, auf einmal ist er verschwunden, der Obi-Wan. Er liegt da nur noch so ein Haufen Klamotten rum und sein Lichtschwert, ne. Auf jeden Fall Teil 2, ne. Ey, Teil 2 ist so gierig, ne, ey. Da geht der Typ hier, der Luke Skywalker, zu so einem kleinen Gremlin hin, ey, dem Yoda, ne. Ey, der kann voll kein Deutsch, ey. Der redet immer so, ich wissen, was haben du gemacht. Ey, der klingt wie so ein bekloppter Italiener auf Koks, ne. Auf jeden Fall, der bringt dem voll die Sachen bei, ne. Ey, der zeigt dem, wie man mit der Macht umgeht. Auf einmal kann der das alles, ey. Hint der Flugzeuge hoch, ohne sie anzufassen, ey. Voll geil, der Luke Skywalker. Auf einmal voll mächtig, ne. Ey, voll sauer, mit seiner Macht geht er dahin und will den Schwatten da killen, ne. Ey, der Schwatte, der erzählt dem erstmal, dass das sein Vater ist, ne. Ey, und der Typ, ey, voll sauer, ne. Will die den erstmal abmesseln, ey. Ja, verkackt, handab, ne. Irgendwie haben die es alle nicht drauf, den Schwatten da umzubringen. Weil irgendwie schafft er es immer, die entweder zu töten oder dem irgendwas abzuschneiden. Auf jeden Fall Teil 3, ne. Ey, kommt die Prinzessin und will den Hans befreien, ne. Weil der Hans, der ist voll eingefroren in so einem Karbonit, ey. Von so einem Fettsack. Tschabber die Hütte, ey. Ja, und die Lea und der Luke, die holen den Hans dann da raus, ne. Ey, und auf einmal sind die alle voll sauer. Wir haben schon voll die Armee aufgebaut, ne. Ey, und dann gehen die dahin, ey. Gehen die und machen voll das Imperium kaputt, ne. Ey, der Schwatte, der liegt bei dem Luke im Arm, ne. Ey, da hörst du schon, der hat seinen Asthma-Spray vergessen, ne. Weil der Luke, der hat ihn schon voll kaputt gemacht, ne. Und der Luke, ey, der ist voll traurig, weil sein Vater voll am Abknippeln ist, ne. Ey, voll der Idiot, ey. Warum haut der dem einen auf den Moppen mit dem Laserschwert, ne. Weißt du, erst haut der dem da fett einen weg. Und das ist ja auch noch traurig, dass er den abgemesselt hat. Weil Kitti braucht da hin und haut ihn. Auf jeden Fall der Typ voll am Abknippeln, ne. Ey, der entschuldigt sich voll, ne. Ey, der sagte so, ey, Luke, du hast recht, ey. Ich hätte die helle Seite der Macht nehmen sollen, die gute Seite, ne. Ey, aber dann ist es zu spät, ne. Ey, voll die Dramatik am Start, ne. Er so, Luke, mach alles besser als ich. Ey, kaputt, ne. Ey, voll traurig, ey. Weißt du, wie ich geheult hab, ey. Ey, das ist so traurig, ey. Der Typ verliert seinen Vater, ne. Ja, und das war's dann eigentlich schon, ne. Komisch eigentlich. Auf jeden Fall, ein paar Jahre später kam ja dann hier Star Wars Episode 1, 2 und 3 raus, ne. Ey, das ist aber nicht mehr so gut, weil das ist die Geschichte, wie der Darth Vader wieder aufgewachsen ist, warum der so böse wurde, ne. Ey, aber das ist voll bescheuert, ey. Der Typ, ne. Ey, der verliert seine Mutter, ne. Weißt du, warum? Ey, die haben die einfach von, ey. Die wurde von Sandleuten umgebracht und der Typ... Ey, ey, meine Mutter wurde von Sandleuten getötet, ey. Jetzt wär ich voll böse, ey. Ey, hoffentlich wird meine Mutter niemals von Pennern gekillt, sonst wär ich auch so ein Diktator, ne. Ein Diktator ist scheiße, hast du ja gesehen, ey. Alle tot.